... Ich mache ein Video auf YouTube. Elektrik? Ja. Wie viele Kilometer? Auf der Wasser. Du kannst 10 PS aufbauen. Ah, 10 PS. 10 PS. Elektrik oder Metallmotor. Du kannst es probieren. Wo ist der Wasser? Ich mache Videos mit dem Kamper. Ich gehe überall. Das erste Mal sehe ich. Wie viele Kilometer? Auf der Straße kannst du 500 Kilometer. Ah, okay. Auf der Wasser sind 372 Kilometer. Das ist mit 180 Kilometer. Danke. Als nächstes Mal. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.